Und was lernen wir aus diesem Bildschirm? Mario Strikers kann nicht zählen. Und damit begrüße ich euch zu einer kleinen Online-Runde gegen TLOE. Hallo! Na? Guten Tag. Unser wievieltes Online-Match gegeneinander? Auf jeden Fall, ich würde sagen, fünfte, sechste. Wir haben noch nicht so viele gemacht, glaube ich. Ich glaube, wir haben, wenn dann, wir haben einen Abend mal irgendwie gegeneinander ein bisschen und dann nur im Online-Modus, glaube ich, gespielt. Und ich bin komplett raus aus diesem Spiel. Ich hoffe, das freut dich. Ich habe es gestern gespielt, ein paar Stunden. Also ich bin voll drin. Dann weiß ich jetzt schon mal, wie das laufen wird. Ich habe vier random Charakter genommen. Ich hoffe, wir kriegen keine Doppelten. Ich habe meinen üblichen Squad ein bisschen noch verfeinert. Das ist eine ordentliche Verdoppelung. Hast du Ausrüstungsgegenstände benutzt? Ja. Ah, ich nicht. Okay, dann würde ich dich jetzt einfach so zerbumsen. Alles klar, Alter. Wer ist denn? Dein einziger Vorteil mir gegenüber ist Walu. Ach, ich bin Spieler 1, lol. Ich muss mich erst mal wieder hier an die Steuerung gewöhnen. Nein, schade. Wie macht man das, wenn man nicht den Ball hat? Ich kenne das nur auf Wiesen-Mode. Oh. Nein. Fallrück-Zieger. Oh, schade. Haha, er hat ihn gefangen. Er ist mein MVP. Ich habe, hast du schon gehört, dass man das Spiel richtig jinxen kann? Also, äh, jinxen, vor allem so ausdrücken kann? Ja, ja, mit, äh, ich habe es schon gehört mit dem... Stuff! Nein! Nein! Alter, vor allem mit Peach, ey, aber nicht schießen soll, eigentlich. Wie sieht die aus, Alter? Ja, die ist ein absoluter Chibi-Robo-Anzug hier. Diese Metaverse, glaube ich. Ja, die ist absolut da reingejinxt. Ne, das mit dem, äh, vom Spawn-Ausschießen, das habe ich schon mitbekommen, tatsächlich. Das ist halt irgendwie so lächerlich, dass das so einfach geht. Es sollte doch nicht gehen. Ne, eigentlich, eigentlich definitiv nicht. Haben die das nicht geplayt, hast du, eigentlich? Ich weiß nicht, vielleicht sind die einfach nicht auf die Idee gekommen. Oh! Nein! Wollen! Komm! Oh mein Gott, was für ein Move! Oh! Einfach alle einmal weggekickt! Ah, ich wollte Luigi-Team-Boosten! Schön! Er hat einfach... Die Kugel... Jeder kann sich das halten, Alter, was ist das? Ewig! Nö! Oh nein, du bist dran! Nö! Fuck! Oh! Ich töte dich! Loll! Ich bin übelst schnell, Alter! Ich werde... Oh! Wollte ich gerade sagen, wenn der jetzt nicht drin ist. Ey! Ey! Ich nehme auch, Charles! Ja, und? Ja, nicht ja und! Ah! Ja! Ey, manche Dinger sollten echt reingehen und gehen da nicht rein. Nein! 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 Oh Gott, bum bum, Alter, Finne, ey! Ich muss doch hier meine... Hä? Bombe! Hilfe! Hilfe! Lass mal nicht... Zack! Oh Gott! Perfekte annehmen, bringt irgendwie gefühlt gar nichts. Nee! Ja! Komm schon! Deine Kackschüsse, was ist mit denen? Hau mal ab! Oh, danke! Das wird nicht funktionieren! Nein, du hast ihn abgeblockt! Haha! Verdammt! So! Schieß dich aber ab! Nein, komm mal! Gib, 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 gib! Ich hatte den Stern! Ah, ich wollte ausweilen! Das hat nicht funktioniert! Wie es timing, ich hab das gehalten! Keiner Funfact! So funktioniert das, by the way, nicht. Ach komm, als ob du jetzt einfach alle Items hättest. Boah! Dein Panzer war fast, äh, fast, fast da. macht doch mal mario der hyper focus of peter animationen gesehen also besser so okay es hast du jetzt gesagt es gibt diese taktik dass du dem anderen direkt eine banane am spawn in die nase schmeißt übrigens das ist recht was aber so oder muss irgendwo da ist die kugel das war nicht die bombe wie viele bomben habe ich denn heute was ja nein ich habe nicht reden sie dass du da so offen stand ist er ich dachte hier wollen wir wollen es abgelaufen gar keine milch nein da will ich doch gar nicht hin man kann irgendwie ich hab ich krieg das nicht konsisten denn man kann irgendwie den ball auch aus der luft geil man kann den ball irgendwie aus der luft abgreifen mit irgendeinem button dass man so so wenn er zum gegner fliegt dann aus der luft so du kannst du in die luft hopsen ja ich weiß aber nicht wie es könnte ich kann ich kann es nicht konsisten sein was wie ist immer blöd ich habe mich selber bei nahem ich hoffe einfach dass ihm das die ganze zeit wechselt schade das heißt dass du die scheiße ich wusste nicht ob ich mich das trauen kann nein warum hast du das item denn das ütüm warum hast du denn nicht hochpasst du bist eine enttäuschung hier stirbt man nein nein ich habe mir das zwischen her gelutscht wo war es oben hat als ecken können doch du kannst wie das verkauft nicht ich gehe so offline weißt du wie viel hätte ich in den kommentaren kriegen werden die runde ja dafür bin ich vielleicht lob das lasse ich nicht auf mir sitzen ich werde dir so halte schüsse reinhauen neunzehn torschüsse hast du einfach es war aber nur drei tore im game das ist echt nicht viel das ist eigentlich wirklich nicht viel die leute werden enttäuscht sein so ich bin rot von dem blut und du bist jetzt gleich tut ich bin schwarz ich liebe diese schnelle frau guck dir das noch mal an wie schnell die ist ah ich krieg meinen tod an wie schnell der ist running around at the speed of sound oder was das geht hier ab schade ey das habe ich gespürt das macht man nicht das war ein tod ja aber ich hab den fetten helm und alles ich hab so ein brustpanzer ich bin so ein ritter was machst du da ja was ne körper alter ja komplett aufgeladene schuss von einer mit 23 von 25 schuss das und aus dieser fiesen ecke wo man auch gut treffen kann ja ja das ist die meter das ist die absolute meter ist das meter was in dem sich keach eigentlich befindet ich wollte gerade schau ich denke ganz ehrlich ja was soll ich mit meinem kleinen toddie boy denn gegen dein hallo wer hält den in der wand in der wand da oh schade willst du gerade meinen tod töten da unten ja einfach so ne alter sie ist die war von hier unten von hier unten hallo was ja ich habe eine red shell eingesetzt ich habe die grüße eingesetzt die haben sich gecancelt oder was ja ja ich dachte du hast aufgeladen ja ich hätte fast aufgeladen aber ich habe mich nicht getraut komm schon wollt doch danke danke lol nein 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 ich habe mich ausführlich mit deinen fetten säunder die ganze zeit haha soll das aua man schallverkehr der ist drin nee der ist tot oh wie war denn so hoch weil ich voll aufgeladen habe mit tot ist ja voll scheiße lol ja nein meine kai ok weg der ist tot oh gott hatte ich gerade schiss an den langen pfosten war nicht gut was hast du vor schuss hör was macht bum bum da bum bum ist rot äh bowser geh doch mal zum ball hä was ist das oh mein gott alles oh so nicht zum tor everyone is bad die ganzen leute die laufen immer übel kautisch wie gehen ey und oh mein gott guck mal ein tor eigentlich ich fühle mich mit einem 1-0 einfach nicht sicher nee das ist ganz schrecklich nein 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 Vario nein 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 wie lange dauert das denn zum aufladen oh so ein müh länger das ist ganz krass ey komm das ist ganz schrecklich bowser ne gar nicht was war das für ein was habe ich manchmal für zähne peach nein ich konnte es nicht mehr abbrechen komm schon oh mein gott komm ran da ich weiß nicht ob man das einfach mit schilden kann was kann man mit schilden äh ob man den den boy mit schilden kann wenn da ein schuss kommt äh nein ich überschätze mal meine gespielt die ich geriet oh nein komm schon nein nein warum gönn doch oh hallo hallo guter ich mach ich nicht mehr äh meine ball oh mein bum bum da kommen drei Leute auf zurück ey jetzt aber danke oh alter wie guck mal der liegt da rum und pennt alter was ist mit dem ich weiß es nicht ey du hast doch schon zwei items jetzt jetzt ist in ordnung ich kann keinen hyperschuss von dir gebrauchen das ist ja alles durch okay aber warum hat er den denn jetzt nicht einfach in die ecke gedeutet war jetzt übel an lucky er war noch abgelenkt ja gut das ist schlecht da komme ich aber nicht mehr nein ich wollte auch damit war ich habe auch so sehen gepasst das hätte ich hätte noch zwei tore rausgekommen würde dann müssen wir jetzt eigentlich ein best of three machen damit es ein sieger gilt wir haben schon ein best of three gemacht weil du schon zwei gewonnen hast nein nein ich habe nichts dagegen dass du das denkst voll in ordnung nein dann natürlich war mir best of freedom ja natürlich selbst redend vorkommnlos ich wusste dass du donkey kong nehmen würdest ich habe auch das geräusch gemacht ja ja deswegen im auswahlmenü ich mag es wieder nach oben nein diesmal keine peter das war ich ja also geil als auch gab es schon mal ein tor nach zwei sekunden ist es aber das ist perfekt ja zwei sekunden habe ich glaube ich auch noch nicht erlebt drei sekunden hatte ich glaube immer aber toll und alter nein jetzt ist aber auch jetzt ist mal gut hier also ich schlappe dich gleich weg ok nein nein der kommt nicht an wo was war das was macht denn das und vom buch komm schon ja joshi geht ab alter was das war ein meter tor also dass du noch diese freund mich knapp hinter der linie da das ist böse eine jetzt wird jetzt wird geschwitzt was es gehen hier gerade dinge schief ich bin nicht zufrieden das ist voll gut der gar ich kann nicht mehr schießen donkey kong was immer noch dran noch mal noch mal daumen hoch also ich glaube wir haben doch schon ich habe doch schon zwei spiele gehabt wir müssen das gar nicht mehr machen ja 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 du hast ein ohne alter das kann nicht sein als was du diesen quatsch ich habe den absolut stört mal schnell gott alter wo wenn du mich um liegt darum steht nicht gebraucht oder schon das kann doch nicht sein ja ich wollte gerade mit ihr schießen was sie langsam hat man muss sie mal anders auf uns betten hier sie hat den geilen schuss ich will mich ums denn verständ hallo 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 wer oh gott bomby wo bin ich denn ach da hey was war das war der falsche button ist also richtiger so weniger lasch das war nein 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 ich wollte zu donkey zu meinem donkey flanke ich komme nicht mehr ran ich bin auch so ein meter tor alter mit du hast Spaß nein weg geschlabbert weg geschlabbert warum hast du noch so viele items ja weil du mich mal wegfoulst und ich torschüsse mache wo mit fire und sie haben also wie meine torschüsse interessieren mich nachher mal ja also 80 ey guck mal da jetzt mal viele items gibt stark stark oh gott ja ok russi nein rand an den schwenk du kannst den halten ich habe den ersten wenn ich Pech habe geht der trotzdem rein ja aber du kannst zumindest gegenwirken ich werde es schaffen ich mache es schon mal ich mache es schon mal alter donkey kongs überschuss auch einfach nein was nein 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 das kann nicht sein das kann nicht sein lutsch ihn doch rein alter ich liebe bum bum der beste mario charakter das ist insane ey wirklich was geht ab man oh krass aber wenn er den jetzt nicht gehalten hätte naja aber auch hallo 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 ja ich glaube dass lol nein 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 jawohl ich brauche kein super nein juhu ah der schmerz der schmerz ja easy gut dass wir ein bester 3 machen oh gott mann ich habe vor allen dingen einfach mehrere äh was tschüss ausm weg ausm weg oh nein der ist auch nicht drin hat mich gerade meine eigene mitspielerin gemiet schildet ich bin traurig ich bin sad ne nein also da ist jetzt ein mitsch oh mein gott alter alter ich bin so raus nein das war super ey das war sehr unterhaltsam sagen wir mal so ne oh gott das macht mich immer noch sad wo sind die torschüsse du hast nur 18 du hast 11 gehabt ok ich hätte aber auch mehr gedacht hm ich dachte du hast mich 25 mal weggetackt ich kann gerade sagen ja was ne mal items und vor allem 25 Tacklings eine Balleroberung dadurch ok dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder äh lasst Erik Grüße da unter seinen Videos wenn er mal eins hochlädt und bis zum nächsten mal Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.